Die Bischob-Bande kommt. Wir sehen unter jedem Felsbrocken nach und lassen dieser Schlange nicht die geringste Chance. Die Bischob-Bande hat es auf uns abgesehen. Ich brauche einen Schützen. Dann brauchst du keinen Schützen, dann brauchst du ein Regiment. Ich bin nach Hause gekommen. Du warst gleich. Ich habe drei Jahre lang gewartet, denn ich habe gedacht, du wärst tot. Kommt man da durch? Nein, es gibt nur diese eine Möglichkeit. Denk mal drüber nach, was mir eine Frau wie sie für enorme Einnahmen bringen würde. Ich bin mein Leben lang davon gelaufen. Das hört mich auf. Wenn die mein Haus angreifen, dann beschütze ich es. Sie haben da genug Feuerkraft, um einen neuen Krieg anzufangen. Wozu wollen Sie denn das ganze Zeug? Jane! Wo ist meine Tochter? Hoffentlich sind die Bischopleute alle groß und fett. Wir nannten sie die Anderen. Was wollen Sie denn? Die Erde. Aus diesem Grund sind Sie hier, Cassie. Sie brauchen die Erde.